hallo liebe sims 4 freunde und ein herzliches willkommen zurück zu die sims 4. Lien geht grad schlafen weil sie muss fit sein da wir mit ihr gerne weg möchten wenn ihr ein bisschen mehr geld haben machen wir da oben auch im fratezimmer. Franco is chips vor... also ich so und stelle es bevor du ins bett gehst räumst du auf bitte alles aufräumen danke also ich hasse es nicht da draufstehen können da fällt es nicht unbedingt auf und findet ihr das haus doch schön dekoriert oder erstmal abwaschen dann gehst du auch ins bett hast du es jetzt gemacht brava drago schlafen das ging doch etwas schief egal wir haben genug teller und tassen und alle anderen scheiß und es geht es eigentlich gut musst du arbeiten ja jetzt müssen wahrscheinlich alle arbeiten bis auf Lien das geht erstellt das sieht aus als würde etwas anderes machen unter der decke ich will es gar nicht wissen und dieses ding ist auch irgendwie im boden verglitscht was ist mit nur mit diesem haus los das verhext let's play da kommt jemand runter wahrscheinlich muss sie sie muss aufs klo und hungert sie auch und muss dann zur arbeit dann geh mal schnelle mahlzeit morgens immer noch milch gut muh ich habe aus dem spiel geklickt so äh edgar du musst dich ja auch bald aufstehen und hast hunger vier stunden hier auch mal was schnelle mahlzeit und zwar morgensaft und du bist Sophie Lambert Mann wer bist du du bist der Marco Kreitz wer ist da noch ich finde das immer lustig wie Leute rumlaufen ach schon wieder Kevin der niedergeschlagene Kevin ähm mhm 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 Georg Woods Und dann können wir nämlich mit ihr ein bisschen reisen gleich in den park die andere können ja ja ein bisschen selber gucken wie sie zur arbeit kommen was ist denn mit dir los geht's dir ich dachte bist du nicht auf dem klo gewesen verwenden sie geht mit dem mich aufs klo und das ist sicher lecker Was ist denn mit dir los? Ach, weh, weh, sie waren es. Warum gehst du wieder? Du sollst essen. Schnelle Mahlzeit. Orangensaft. Sie ist wahnsinnig, darum ist es jetzt traurig. Was sehr sinnig. Und wehe, du hast das Klo wieder zerkackt. Dann gibt es aber Haue. Verwenden. Mit dem Orangensaft gehst du aufs Klo. Das ist bestimmt eine gute Idee. Gehst du jetzt wirklich damit an? Erst mit Orangensaft aus Klo. Ah, das tut gut. Ich hasse Lillen. Äh, was? Jetzt bin ich wieder traurig. Okay. Mach mal ein bisschen schneller. Wo hast du jetzt das Teil hingetan? Jetzt reisen. Los. Reisen. Jetzt lädt's. Auch Verkundungsturm mit Lian. Das wird lustig. Also wir gehen in den Park am besten. Einfach, weil es cool ist. Da treffen die ganz viele Leute. Ich versuche die Leute so gut, wie es geht, nachzumachen. Aber ich werde das niemals hundertprozentig hinkriegen. Meh. So, Entschuldigung. Ich musste gerade etwas wegklicken. Wenn ihr mir sogar Mods-Empfehlungen habt. Haarfrisuren, Teppiche, keine Ahnung was. Könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Ich kann es versuchen zu installieren. Aber ich habe jetzt schon sehr viele Dinge. So. Jetzt. Du hast immer noch Hunger. Dann gehst du halt was grillen. Wer ist das denn? Ist das wieder Jasmine Grill? Ach nee, warte. Muss gar nicht grillen. Ich hatte es doch schon Essen. Ein Gericht nehmen. Wer bist du? Pocahontas. Alles Pocahontas. Ah. Die passt voll zu ihr. Oh, das ist Sophie Weber und Luisa Klee. Wie sieht denn bitte Lu... Nein. Luisa. Ey, die sieht voll cool aus, die Luisa. Und du bist? Lea Heck. Lea. Das ist wieder der Kevin. Und sie wurde gerade von einem Auto überfahren, aber ihr hat es anscheinend nichts gemacht. Und Lea lehrt jetzt Pocahontas. Pocahontas. Pocahontas kennen, nicht Pocahontas. Ich glaube, die können selber zu arbeiten. Ich glaube, die können selber zu arbeiten. Oh, ihr Fl... Pocahontas. Pocahontas und... Ich glaube, die macht nichts aus, dass ich von der... Äh... Bankira. Was zum Teufel wird das? Ah, Vula-Shaka-Teed. Ich höre schon die Hauptzeitsglöte, Leute. Ah, Bouchard. Die hat genau diese Stimme. Oh, ähm, ähm, das geht mir dann doch etwas zu schnell. Das sieht wirklich so wie ein Flirt aus. Oh, das Wohltor, Wohltor, Weiz. Brigitte Schneider. Wixona, Zarspa. Wixona. Oh, hey. Das wird ihre neue, besteste Freundin. Süße, nicht die... Oh. Ich glaube, die flirten wirklich. Ich will das gar nicht wissen. Was ist das denn? Schwimmen? Lern ist zur Arbeit gegangen. Das ist gut. Wer ist denn jetzt hier? Das ist die Sophie Weber mit der Lea Heck. Das ist nicht ein bisschen elegantes Kleid da für ihr und so? Du hast komische Haare gehabt. Und wer bist du überhaupt? Du bist Hendrik Niesen. Alter, siehst du scheiße aus. Ich glaube, die freut sich wirklich mit ihr an. Naja, also ich mag Cappuccinos. Aber nicht mit so viel zu kann. Sonst kommt ein Fliegender an und das hasse ich. Das stimmt. Das ist mir noch nie aufgefallen. Wusstest du, dass du ein strahlendes Lächeln hast? Ah, danke. Tschüss. Ach ja, wenn sie gehen, winken sie sich jetzt zu. Egal, was sie werden. Außer sie sind am Kochen oder so. Ja. Dann winken sie nicht. Äh, wer läuft denn? Ach, Pocahontas. Du musst doch... Dann kannst du... Du hörst jetzt Musik. Blues genießen. Das ist kein fucking Blues. Angeln. Geh jetzt angeln. Bisschen angeln. Wer kommt denn jetzt? Das ist der Kevin Peters. Das ist Mike. Warum habe ich so viele Kevins? Ein alter Kevin. Alter, sie... Spiel! Wo bist du? Ach, da. Köp mir mal zu Willian Engelt. Sie Engelt. Da fährt noch ein B. Haha, Bengelt. Äh, okay. Da ist die... Da ist Christina Jakob. Felix Bauer. Der... Markus Schäfer mit dem Lian irgendwie... Äh. Und natürlich Cinderella. Ich stehe doch einfach nur hier rum. Ich bin Cinderella. Ich heiße Cinderella. Cinderella. Was? Das kann man hier nix machen, außer... Du könntest da die Bar gehen. Ja, die Barkeeper spinnen jetzt nicht mehr rum. Kannst du diese Gitarre mitnehmen? Inspiration. Liana hat einen guten Fang gemacht. Eine L-Ritze. Gewicht und Kommandation. Wert 5 Simulans. Cool. Wie kann man Dinge verkaufen? Ich hab's vergessen. Also direkt mit dem... Kann man das auch verkaufen? Wait, 20 Simulans. Dann hör auf, angeln und geh... Spielen. Das geht mir ein bisschen auf die Nerv, dass man die nicht ausschalten kann. Kann man's nicht? Los genießen. Nein. Sie kann ja kein Konzert geben, aber man... Sie kann ein bisschen... Ich möchte gerne, dass sie ein Konzert geben kann. Wir sind alle bei der Arbeit. Und sie widmet sich hier. Das klingt wunderschön. Nein, dieser Sound hat mich im Hintergrund. Darum soll es dich geben. Das klingt lustig. Eigentlich sollte sie eine Gitarre haben, die sie mittragen kann. Ja, der kann es einfach jetzt jammen. Jammen. Klingt ja jammen. Klingt jammen? Ich denke an Geld. Geld wäre toll. Ich habe Angst. Wer ist das? Ach, das ist der Indervater. In der Tat. Inder, also total in. Freut dich doch mal mit Indern an. Freut dich vorstellen. Und dann kannst du malen mit Christina Schäfer. Alter, sieht die komisch aus. Also ihr Gesicht ist schön, aber was ist das andere? Ähm, ich will es gar nicht wissen. Was zum Fick? Fabian Mayer. Naja, ich habe jetzt meine pinken Sachen eingezahlt, damit wir das auch kennen. Dass ich mit meinem Typen ins Bett will. Also verstehen sie das? Aber ich bin traurig, weil die wird well. Oh, da ist es ungespielt. Nein, nicht ungespielt, aber das sieht aus wie... Hallo, bleib mal stehen. Felix Brandenburg. Ja, ja. Was alles für Schabracken hier rumlaufen. Christina Jakob. Michael Weber. Sie sind alle hässlich aus. Spiel. Warum tust du mir das an? Wer schläft da? Ach ja. Nemo schläft auf der Parkbank. Kennt man ja. Vielleicht sollte Lian mal, anstatt mit ihm zu plaudern, mal ein bisschen Müll wühlen. Ist bestimmt toll. Und wer ist das? Blossom Powerpuff. Ach, das ist Blossom. Und dieser Typ ist gruselig. Ihhh. Wie das aussieht. Sieht wie Gedärme aus. Naja, sie... Wenigstens kennt sie dann den Herr Inder. Und was ist das? Es verschwindet, wenn ich näher komme. Gehört das sie dazu, oder? Wahrscheinlich schon. Nur verschwinden sie frühzeitig. Ähm, okay. Du kannst aufhören zu quatschen. Jetzt kennst du schon ein paar Leute mehr. Und sie mag diesen Typen nicht. Ein Freund, den man nicht mag. Okay. Erstmal gucken, was man mit dem Müll findet. Oh, was ist das denn? Ich hab was Blicke-Cheekes angefasst. Das sieht lecker aus. Da kann man den Schimmel noch abkratzen. Oh, Dag Dag. Tschüss. Ich hab Müll gemacht. Jetzt möchte ich darauf rumstampfen. Und während die liebe kleine Nidl darauf rumstampft... Oh, Smeeb. Und noch mehr Müll macht's. Äh, verabschiede ich mich. Und wir sehen uns heute nächsten Mal wieder. Oh, Smeeb. Und, ja, ciao.